Heute im Test ein Display Reinigungspad der Firma iWish. Geliefert wird das Ganze in so einem Brief. Und so sieht das eigentliche Reinigungspad aus. Das kleine Reinigungspad ist sehr sehr dünn. Es passt perfekt in die Hosentasche und lässt sich einfach verstauen. Es ist von beiden Seiten mit einem Mikrofasertuch bedruckt, das später dazu dient, das Display gründlich zu reinigen. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Sei es mit Computermonitoren, Handy-Displays oder Navigationssystemen, alles kein Problem. Man reibt ganz einfach das Reinigungspad über das verschmutzte Display und schon nach kürzester Zeit ist es befreit von Verunreinigungen und Fingerabdrücken. Das Reinigungspad von iWish. Es sieht nicht nur gut aus, sondern lässt sich auch überall mit hinnehmen und passt perfekt in jede Hosentasche. Mit einem Preis von 4,95 Euro für diese Version ist das Ganze zwar nicht ganz billig, aber wer oft Probleme mit verschmutzten Displays hat, dem kann ich dieses Gadget nur empfehlen. Das iWish ist übrigens in mehreren Ausführungen und Preisen, Größen und Designs zu haben. Mehr davon gibt es aber auf der Internetseite www.iwish.com Mehr davon gibt es aber auf der Internetseite.